Hallo, meine lieben Zuschauer! Ich habe heute eine Frage an dich und es würde mir sehr helfen, wenn du sie mir beantworten könntest. Meine Frage ist, was ist Authentic German Learning für dich? Wie würdest du Authentic German Learning einem Freund beschreiben? Was sind die wichtigsten Charakteristiken von Authentic German Learning? Was assoziierst du mit Authentic German Learning? Ich möchte mich stets verbessern und deswegen würde es mir sehr helfen, zu wissen, was ihr seht, was ihr seht, was ich vielleicht übersehe, was ihr mit Authentic German Learning assoziiert. Ich verbessere momentan gerade die Webseite, das heißt verbessern. Ich mache sie komplett neu und deswegen hilft das auch, um die Webseite so zu gestalten, dass das auch wieder gespiegelt wird. Dass das, was ihr in Authentic German Learning seht, dass das, was ihr in Authentic German Learning seht, auch wieder gespiegelt wird in der Webseite und dass ich auch Feedback habe, okay, was sehen die Leute in Authentic German Learning und was sollte ich vielleicht auch verbessern und so weiter. Vielleicht bekomme ich auch Antworten, die mich total überraschen. und dann muss ich schauen, okay, möchte ich in diese Richtung gehen oder möchte ich vielleicht in eine andere Richtung gehen und so weiter. Also, es würde mich sehr interessieren. Es würde mir sehr helfen, wenn du diese Frage unten beantworten könntest. Was ist Authentic German Learning für dich? Ich bin gespannt und wir sehen uns morgen. Tschüss!